In diesem Video stelle ich dir drei Unternehmen, drei Aktien vor, die noch keiner kennt, aber tolles Potenzial für 2022 haben. Auch auf die Gefahr hin, dass der ein oder andere Zuschauer diese Aktien jetzt womöglich schon kennt. Aber ich habe mir Mühe gegeben, Unternehmen zu finden, die jetzt nicht wie Apple, Google, Nvidia usw. in aller Munde sind, sondern die eher in der zweiten oder dritten Reihe stehen, aber trotzdem tolles Potenzial haben, auch tolle fundamentale Eigenschaften haben und wenn du auch wissen möchtest, wie ich auf solche Unternehmen komme, dann geh bitte auf unsere Homepage und lade dir unser Aktienanalyse-Tool herunter, wo du auf Knopfdruck genau herausfinden kannst, was ein tolles Unternehmen ist und wie wir da drauf kommen, welche Maßstäbe da auch zugrunde gesetzt werden und wie du genau erkennen kannst, ob das Unternehmen jetzt günstig oder teuer ist. Und in diesem Sinne drei Unternehmen, die ich dir jetzt vorstellen möchte. Und das erste Unternehmen, das ich dir vorstellen möchte, ist das Unternehmen Digital Turbine. Und das Unternehmen ist in dem Bereich des Werbebereichs, also Online-Marketing oder Online-Werbung, Ad Spending unterwegs und hat es geschafft, auf Apps oder in Apps, mobilen Anwendungen, auf dem Smartphone zum Beispiel, Werbung zu schalten. Hatte jetzt zuletzt einen Umsatz von einer Milliarde Dollar und hat jetzt auch tolle, tolle Entwicklungen im Jahr 2021, also von 2020 auf 2021 hinter sich gebracht. Du siehst auch hier, das Segment des Online-Werbens ist vor allem durch YouTube, beziehungsweise Google, YouTube zum Beispiel oder ganz normale Anzeigen, aber auch Facebook mit Instagram und anderen, WhatsApp genau, wird jetzt auch angedockt sozusagen in den Werbemarkt. Aber es sind auch noch andere Möglichkeiten, wo man Werbung schalten kann. Und einen Teil davon nimmt jetzt eben Digital Turbine für sich in Anspruch. Und sie arbeiten hier schon also mit großen Playern zusammen, wie zum Beispiel Procter & Gamble, McDonalds, Ford, Verizon, Sony, Uber, TikTok, Pandora und so weiter. Aber sie arbeiten auch mit verschiedenen, siehst du dann hier auch noch mal ganz kurz, hier siehst du auch noch mal, wie so eine Anzeige ausschauen kann. Also ich habe es selbst noch nicht gesehen, wenn ich ehrlich bin, aber sie arbeiten hier auch mit den Top-Marken im Performance-Marketing zusammen. Natürlich hier YouTube, Facebook und so weiter. Und es scheint eine sehr, sehr vielversprechende Möglichkeit zu sein. Und der Werbemarkt, so nehme ich es zumindest wahr, ist schon ein Stück weit stark unworben. Und es gibt ja nur zwei, die ganz viel einnehmen, Facebook und Google. Und danach ist es sehr, sehr klein, zerklastert. Und ich kann mir aber gut vorstellen, dass aufsichtsrechtlich, jetzt hat er hier immer und immer wieder Einschnitte gegeben, wenn es da eben zu noch mehr Einschnitten kommt, dass solche Zweitlösungen oder Drittlösungen immer mehr an Attraktivität gewinnen können. Und deswegen ist dieses Unternehmen und vor allem die Aktie auch sehr, sehr attraktiv. Momentan hat sie eine Marktkapitalisierung von 6 Milliarden US-Dollar. Und du siehst hier also im Jahr 2020 ist wirklich was passiert. Da ist die Aktie von 6 oder 7 Dollar auf 90 Dollar mehr als verzehnfacht. Seither pendelt dieses Unternehmen in diesem Kanal letztendlich von 90 Dollar bis hin zu 46 Dollar. Und immer wenn du solche Kanäle siehst, solltest du darauf achten, nicht hier zu kaufen, ich mache das Ganze mal in Rot, nicht hier zu kaufen, sondern eher dann, wenn sie am unteren Rand dieser Kanäle sind. Und das war jetzt eben zuletzt und wir sind eben eingestiegen zu einem Kurs von 50 US-Dollar. Und seither kann man eben sagen, dass die Aktie tendenziell, das ist zumindest unsere Erwartungshaltung, seitwärts verläuft bis hin zu steigend. Ich erwarte wieder dieses Anlaufen der 90 US-Dollar oder dieser 95, 92, 93 US-Dollar, ist jetzt mal egal. Und bin gespannt, ob es da drüber hinauskommt. Also das ist gar nicht so einfach, das ist schon ein Stück weit hier mächtig, dieser Widerstand. Sollte das allerdings funktionieren, sind parabolische Bewegungen nach oben leicht möglich. Also du darfst nicht vergessen, nehmt euch mal Google oder Facebook mit als Referenz. 6 Milliarden, das ist, ich übertreibe jetzt mal, das ist etwas, das die wahrscheinlich an einem Tag Werbeumsatz haben. Also eine Verzehnfachung dieser Marktkapitalisierung von Digital Turbine langfristig sehe ich mehr als möglich. Hier an dieser Stelle ganz wichtig, keine Kaufempfehlung. Fangt hier nicht an, wild Dinge nachzukaufen, die ihr auf YouTube findet. Das ist immer sehr, sehr schwierig. Ich möchte euch eine Inspiration geben und vor allen Dingen ein Angebot machen, wenn du wissen möchtest, wie wir genau auf solche Unternehmen kommen, auf diese Einstiegssignale, wann genau kaufen, wann aber auch wieder verkaufen oder wie kannst du auch Aktien vermieten und mindestens 2% Rendite pro Monat erwirtschaften, dann bewerb dich für ein kostenloses Strategiegespräch. Den Link dazu findest du unterhalb dieses Videos. Aber ich möchte dir noch ein zweites Unternehmen vorstellen. Das ist das Unternehmen RH. Und es ist ein, also ich bin mir sicher, ich habe es falsch ausgesprochen, RH. Es ist ein Online-Ausstellungshaus, das aber immer mehr und mehr auch in die physische Welt eintritt. Also die haben natürlich hier diesen Online-Shop, ich zeige euch da jetzt gleich noch mehr, zeigen aber diese Möbel oder dieses Interieur, darf ich das jetzt mal so nennen, in vielen Showhäusern oder in einigen Showhäusern und nur, dass du mal einen Geschmack dafür bekommst. Ich habe dir hier jetzt mal im Bereich Beach House, also Strandhaus, Möbel mal aufgemacht. Das kostet zum Beispiel so ein Korb, so ein Sitzkorb, ganz normaler Stuhl, 600, also regulär 830 Dollar. Wenn du aber Mitglied bist, was halt dann auch wieder wahrscheinlich zahlungspflichtig ist, 622 US-Dollar. Mega interessant, vor allem diese Discounts, wenn du da Mitglied bist. Das ist ein tolles Geschäftsmodell, haben auch andere schon vorgemacht. Und diese monatlichen Einnahmen, die du dann sicher hast, das ist halt wirklich wahnsinnig toll und bringt Stabilität. Und immer dann, wenn du Stabilität in einem Geschäftsmodell hast, siehst du solche Entwicklungen. Schaut mal, im Corona-Tief, im März 2020, war die Aktie noch bei 88 oder 90 Dollar. Seither haben wir schon hier auch wieder einen mächtigen Widerstand bei irgendwo 720 US-Dollar. Gleichzeitig erwarte ich aber auch, dass wir diesen Bereich von 520, 530 US-Dollar jetzt halten werden. Das ist also meine Erwartungshaltung. Wir haben hier noch keine klaren Kaufsignale, stehen noch auf der Seitenlinie. Wenn das jetzt aber bestätigt wird, kann ich mir durchaus vorstellen, dass eine Bewegung hoch zum All-Time-High durchaus wieder möglich ist. Hat jetzt eine Marktkapitalisierung von 11 Milliarden US-Dollar. Und was aber noch wichtig ist bei solchen Geschäftsmodellen, die Stabilität, habe ich ja schon gesagt. Und diese E's, diese grünen E's, zeigen, dass sie in den letzten Quartalen, also seit Jahren bereits, jede Erwartung, also sie geben vor, dass sie gewisse Umsätze und Gewinne im Quartal erwirtschaften. Und alles haben sie erreicht, alles haben sie erwirtschaftet. Und das zusammen mit diesem Abo-Modell und so weiter, bringt halt an der Börse Sicherheit. Und immer dann, wenn du sicher heißt oder vermeintliche Sicherheit hast, dann folgen dem auch die Aktienkurse. Und ähnlich ist es auch bei diesem Unternehmen. Last but not least ist das Unternehmen Mercado Libre. Und das ist quasi das Amazon Südamerikas, wenn du so möchtest. Es gibt hier sehr, sehr viele Produkte, die du kaufen kannst, ähnlich auch wie bei Amazon. Noch interessanter ist aber, dass du eine Zahlungsmöglichkeit hast, Zahlungsmethoden, die Paypal ähneln. Und die gehören eben auch zu Mercado Libre. Und kannst also daher ganz klar sagen, das ist ein E-Commerce-Unternehmen aus Südamerika oder aus Lateinamerika. Und wird aber auch unter anderem an der Nasdaq gehandelt. Und deswegen schauen wir uns das Ganze an. Momentan schaut es so aus, dass wir eher so einen tendenziellen Seitwärtskanal haben. Irgendwie so. Das ist aber ganz, ganz typisch tatsächlich, wenn wir hier solche parabolischen Aufwärtsbewegungen haben. Sie sind ja von 500 US-Dollar gekommen, haben sich dann vervierfacht auf mehr oder weniger 2000 US-Dollar. Und jetzt erwarte ich, also wir sind in der Aktie eingestiegen seit 1100 US-Dollar. Ich kann das mal ganz kurz zeigen, hier an dieser Stelle. Hier an dieser Stelle sind wir in etwa eingestiegen. Und wir erwarten jetzt, dass dieser Aufstieg hin zu dem oberen Ende des Trendkanals weitergeht. Also so in dieser Art und Weise erwarten wir das. So und sollte das hier jetzt funktionieren, dass der da rauskommt, kann es durchaus sein, dass hier die Reise nach oben weitergeht. Das ist jetzt nichts, das kurzfristig passieren kann. Aber ich lade euch auch hier nochmal dazu ein, solche Sachen immer am unteren Ende des Trendkanals einzusteigen und nicht am oberen Ende. Das kann dann ganz, ganz schnell teuer und böse enden für dich und das will natürlich keiner. Deswegen immer vorsichtig sein, bitte Leute. Und ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg bei der Umsetzung. Bitte nicht blind nachkaufen und bis zum nächsten Video. Ciao.